Hallo, im letzten Video haben wir dir gezeigt, aus welchen Komponenten das interaktive Whiteboard besteht. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, schau es dir doch zuerst an. Alles was wir dir jetzt zeigen, baut darauf auf. Den Link zum Video findest du in der Beschreibung. In diesem Video möchten wir dir zeigen, welche Funktionen dir das Whiteboard bietet, ohne einen Computer verwenden zu müssen. Im Beamer ist nämlich bereits eine kleine Software integriert. Um diese Software zu verwenden, machst du den Beamer an und tippst dann einfach mit einem Finger oder einem der elektronischen Stifte auf das Whiteboard. Auf der linken und rechten Seite siehst du jetzt dieses Symbol. Wenn du darauf klickst, öffnet sich dieses kleine Menü. Dieses Menü schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Hier in der Mitte kannst du jetzt verschiedene Stiftfarben auswählen. Wir nehmen jetzt mal den blauen Stift. Und wenn dir zwar die Farbe gefällt, dir der Stift aber zu dünn ist, dann kannst du hierüber die Stärke ändern. Textmarker gibt es natürlich auch. Diesen gelben hier aktivierst du über dieses Symbol. Wenn du etwas löschen möchtest, wählst du hier den Radierer aus. Mit einem Klick auf dieses Symbol kannst du alles auf einmal löschen, wenn du das Löschen noch einmal bestätigst. Hier unten siehst du, welche Funktionen sich das Whiteboard für deine beiden elektronischen Stifte und deinen Finger gemerkt hat. Hier schreibt der eine Stift automatisch blau, der andere rot und unser Finger ist als Radierer gespeichert. Wenn du das ändern möchtest, wählst du einfach mit einem Stift oder deinem Finger die entsprechende Funktion aus. Das Whiteboard merkt sich dann deine neue Auswahl. Selbstverständlich musst du aber nicht die ganze Zeit auf einem weißen Hintergrund schreiben. Du möchtest Linien oder Rechtecke haben? Kein Problem. Dazu klickst du einfach auf dieses Symbol und wählst deinen gewünschten Hintergrund aus. Zusätzlich zu dem Seitenmenü gibt es noch dieses Menü hier unten. Wenn du in deinem Unterricht den Fokus mal von dem Whiteboard weg auf dich richten möchtest, dann empfehlen wir dir ganz besonders den Bildschirmvorhang über diese Taste. Damit blendest du das Bild einfach aus. Und über diese Taste kannst du einen Film pausieren. Ausschalten kannst du den Beamer auch, indem du einfach hier drauf klickst. In diesem Video haben wir dir gezeigt, welche Funktionen das Whiteboard bietet, ohne einen Computer verwenden zu müssen. Im nächsten Video erfährst du, wie man den eigenen Computer mit dem Whiteboard steuern kann. Bis dann! , bis dann! ... Vielen Dank.